Tag 131 auf unserer Fahrradweltreise und der Biohof Schmidt. Biohof Schmidt, ein Traum wird wahr für die Bauern Maria und Andreas. Mit der Umstellung von der konventionellen auf die biologische Bewirtschaftung im Jahre 1988. Sie begannen klein mit dem Abhofverkauf, mit Getreide, Brot und Speck. Seither packt die ganze Familie mit an und arbeitet an den gemeinsamen Traum. Heute, 35 Jahre später, werden ca. 40 Kulturen bewirtschaftet. Und unterschiedlichste Sorten von Getreide, Flocken, Mehle, Gewürze, Teigwaren, Öle, Pülsenfrüchte und noch vieles mehr angeboten. Seit 2017 packt die Tochter Sabine tatkräftig mit an und wird den Traum ihrer Eltern weiter fortführen.